Musik Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich zu einem Tutorial willkommen, in dem ich euch zeige, wie ihr Modes in den Euro Truck Simulator 2 einfügt. Als erstes müsst ihr euch natürlich einen Mode aus dem Internet herunterladen, das könnt ihr zum Beispiel auf der Seite modhoster.de machen und wenn ihr euch den dann gedownloadet habt, müsst ihr in den Ordner gehen, wo bei euch die Downloads abgelegt werden und dort findet ihr dann eine RA-Datei mit dem Namen von dem Mode und die müsst ihr dann entpacken. Ich mache das Ganze jetzt mit WinRAR, das dauert jetzt hier ein paar Sekunden, da der Mode fast 150 MB groß ist und dann ist es aber auch schnell abgeschlossen. So, und dann haben wir hier einen Ordner, den öffnen wir und da finden wir eine SCS-Datei. Die müssen wir kopieren und dann unter Dokumente Euro Truck Simulator 2 Mode einfügen. So, dann wird sie da reinkopiert. So, dann ist der Mode auch jetzt schon im Spiel drin, ihr müsst den aber noch aktivieren und dazu starten wir jetzt mal das Spiel. So, das hier kann man dann alles überspringen. Dann müsst ihr hier das Profil auswählen, bei dem ihr den Mode verwenden wollt. Dann geht ihr auf Bearbeiten und dann unter Aktive Modes, wenn es geladen hat, genau hier unter Aktive Modes, müsst ihr hier einen Haken setzen bei dem Mode, den ihr dann verwenden wollt. Dann geht ihr noch auf Anwenden, könnt dann euer Profil laden und dann, ja, könnt ihr den Mode dann verwenden. Also nochmal kurz zusammengefasst, erst müsst ihr euch den Mode downloaden, dann in den Ordner gehen, wo der Mode hingedownloadet wurde und dort die RAD-Datei dann entpacken. Dann die SCS-Datei, die ihr dann findet, in den über eigenen Dokumente Euro Truck Simulator 2 Mode, also in den Ordner Mode einfügen und dann nochmal das Spiel starten, auf das Profil gehen, indem ihr den Mode verwenden wollt und dort unter Aktive Modes einen Haken setzen bei dem Mode, das ihr verwenden wollt und dann Anwenden drücken und dann könnt ihr euer Profil laden und das Mode verwenden. Ja, das war's auch schon von dem Tutorial. Ich hoffe, wieso koffe? Hoffe meine ich. Hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. und ja, dann danke fürs Zuschauen, haut rein, euer Lein gemeint. Ciao!